Nein, weiß ich nicht. Links. Links sind Vollidioten. Weiß ich nicht. Scheiße. Leute, wir sind angekommen auf dem Sputnik Spring Break Festival. Letztes Jahr waren wir hier zu zweit. Heute sind wir hier zu 15. Wir haben eine Anlage dabei, wir haben einen Fernseher dabei. Wir haben alles Mögliche dabei, was man sich so wünschen kann. Generator, alles Mögliche. Leute, wir machen jetzt den Aufbau. Film mal den hier, der baut hier fleißig Pavillons auf. Der Exploding Camera. Der Sascha baut nichts auf. Bei uns so, Aufbau. Bei anderen Camps so. Ganz da hinten Flunky Boy. Warte mal, die haben wir eigentlich noch nicht. Da kann man die auch einhängen. Wir nehmen jetzt den Masterplan auf. Lena, was ist der Plan? Ich weiß nicht, was der Plan ist. Wie machen wir das jetzt? Sascha, wie viel Uhr ist es? Das könnte man noch fragen. Wie viel Grad wir es haben. Was soll ich das machen? Was soll ich sagen? Sascha, kannst du mir mal sagen, wie viel Grad wir es haben? Sascha, kannst du mir mal sagen, wie viel Grad wir es haben? Warum? Kannst du es mir mal sagen? Das ist so lustig. 33. Lena, hast du gehört? 33. Ihr guckt nicht auf dein Handy, Lena. Was willst du denn eigentlich? Ich darf mit drauf gucken. Ja, wow. Wie hast du das gephotoshoppt? Gepastetuned, spiked. Das stand ich da noch nicht, oder? Ich muss jetzt an mir selber zweifeln. Freunde der absoluten ***, es geht weiter. Wir haben den Aufbau-Tag hinter uns gebracht. Das ist das ziemlich schlimmste am ganzen Spring Break. Wir haben nämlich jetzt ein paar Spraydosen dabei. Moin Moritz. Moin. Und zwar wollen wir jetzt mal ein bisschen unseren Stand hier verschönern. Mach einfach mal. Nicht so viel, sonst verläuft da. Für den ersten Versuch geht das. So, Leute, ich weiß nicht, ob man mich gescheit sehen kann. Aber wir sind auf der Spring Break Brücke. Wir gehen jetzt schon mal aufs Veranstaltungsgelände und uns die Bändchen holen. Guckt euch mal an, wie lange die Schlange ist. Die Schlange ist ungefähr halb so lang wie die Schlange vom Frauenklo. Ach du Scheiße. Das weiß ich noch nicht. Ich auch nicht. Lass mal einfach nicht aufs Festival gehen. Warten mit zwei Kanne. Das ist die beste Lösung. Links. Links. Meine Hand ist schon megaklein, aber ich will nicht das alles. Einmal natürlich ganz nebenan. Ja, danke. Ja, alles, der sich sowieso begegnen. Hey, ich bin Sascha. Das ist mein Vlog zum Sputnik Spring Break. Ich habe schon sehr viel gesoffen heute, deswegen kann ich selber nicht sprechen. Ich werde hier nur verarscht am laufenden Band. Band. Hi. Schaff? Ja. Geil. So. Ja, weil das noch kein Problem ist. Das ist ja genug worden, das zu sagen. Danke. Das war perfekt. Viel Spaß. Ein A ist das. Was ist das? Ein A. Ich habe R. Ich habe ein K. Oh mein Gott. Wir haben ein K. K, A, R zusammen. Wird schon ein bisschen. Ja, hier. Was hast du gerade gesagt? Du kannst doch Schritt 4. Was ist ein Schritt 4? Ich war ja. Wer kannst du denn? Eeeeeee. Eeeee. Fabian. Wuhu. So Leute, wir haben uns gerade auf jeden Fall unsere Bändchen gerollt. Es hat insgesamt über eine Stunde gedauert. Aber wir sind noch zu einer echt beschissenen Zeit losgegangen, also der Rest von unserem Camp vermisst uns bestimmt schon, deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder zurück und dann spielen wir auch noch eine Fluckyball oder so, haben wir auch gar nicht gemacht. Sascha, wie du das hier siehst. Es ist Donnerstag und es ist ganz schön windig, aber das ist ganz schön geil. Ich laber nur scheiße, einfach nur, damit du dich ärgerst, wenn du die Aufnahmen siehst, Sascha, weil du dir dann denkst, was hat denn die alte da schon wieder für scheiße gelabert. Ja, da siehst du es. So eine Scheiße habe ich gelabert. Streamt alle meinen Song auf Spotify. Leute, ich habe einen leichten Sonnenbrand im Gesicht, draußen geht gerade ein bisschen die Welt unter, also es ist dezent wind draußen, das heißt wir haben uns alle nach drinnen verkrochen, hier in Lukes Zelt. Es ist so riesig hier drinne. Die Partys crashen und kleine Städte sind, statt den Arenen mit Backstage und weißen Betten stehen, spätigste Stelfgegen, Kicker statt weiten Journal, lieber FIFA Spiel statt BDX früh mit scheuernden Zahn. Die singen die aber schön, oder? Die singen die sie singen die tube zu bauen. Die singen die Kunst Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier we go! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja mehr, das reicht noch nicht! Ich muss jetzt schon mal nass, vielen Dank! Boah, was ist da drin? Ich wasche mir die Haare! Das kümeln! Ja! Ich brauche noch mal ein bisschen Wasser, habe ich das Gefühl! Alter, ist das Bier! Gut! Ich hab mir gerade die Haare gemacht! Ja, das hab ich gemerkt! Ja! 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 Zieg vor die Leidzeitung liefert, komm, ich hab dich an. Da gefälltst du mit dem Drogen nehmen, da hört es große Rosen regnen. Ich hause deine Sorgen, ich will mit dem Drogen nehmen. Wom wir gehen, wom wir gehen, zusammen mit Wachsortag. Wom wir gehen, wom wir gehen, zusammen mit Wachsortag. Ich bin ein, wom wir gehen, wom wir gehen, wom wir gehen, wom wir gehen. Wir gehen, wom wir gehen, wom m w in drauf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Eileen, wir haben es, halb vier auf dem Sputnik Spring Break, es ist Montag Wie sieht denn die Toilettensituation aus? Also ich weiß ja nicht, was die Leute für ein Hobby haben, aber am besten selbst ansehen Ja Leute, wir machen den Abbau, ich zeige euch mal ein bisschen was, aber sieht nicht so schön aus, aber wir probieren den Blatt, den Platz so schön wie möglich zu hinterlassen. Benni, wie hast du denn du die Karre aufgekriegt? Mit meinem Absatzschlüssel. Darian bei der Arbeit. So was sieht man aus. Ausnahmsweise machen wir was cooles. Aua! Oh, was ist da passiert? Da wollte, wie heißen die Dinger? Bremsel. Da wollte sich eine Bremsel-Kreis attackieren. Ich konnte sie im letzten Moment abwehren. Mit süßen Tabaluga-Pflastern, ja? Spring-Welker-Tuch. Echt Katrost-Pflaster. Ein richtiges Feldnachflaster. Dafür hat man doch einen privaten Sonnenbedarf. So, jetzt hast du den Daumen verziehen. So. Tabaluga. Wie geht das jetzt? So. 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 So.